hallo minecraft freunde weiter geht's in mein camp und ihr seht schon ich bin alleine heute hier keine sau hier ne seht ihr ja das ist schon und da wird ein hey hey hallio leute auch meine zuschauer willkommen hier zurück zu mein camp 3 ab geht die party heute und heute leute meine lieben freunde haben wir was richtig cooles vor wir nehmen heute wieder zwei folgen auf und heute bauen wir ein kleines system was ihr sicherlich aus dem pistin house survival 2 kennt ja ob es in dieser folge fertig wird wissen wir noch nicht wir hoffen dass wir das spätestens in der nächsten folge auch fertig haben dann aber wie gesagt wir nehmen heute zwei folgen auf und zwar werde ich mir das gleich erstmal alles zur verfügung stellen und zwar ein hühnersystem und zwar dieses automatische diese automatische hühner farm mit drop und fleisch und ihr wisst schon den automatischen hühnertöter schmelzer bräter wie ihr es auch nennen wollt und das wollen wir heute mal bei mir im keller nachbauen dann nicht sperre den metos jetzt in meinen keller okay und dann brauche ich dann brauche ich später noch schwarzeiche von dir kerle weil sonst wird mein haus nicht fertig schwarzeiche kann ich dir sogar geben dann weil mein haus ist noch lange nicht fertig das ist so 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 bocky komm mal her ja bock bock komm bock bock komm bock bock komm raus hast du weizen in deiner hand nein wir brauchen weizen warte mal wo hast du denn Weizen ja ich hole Weizen das ist kein thema äh nicht Weizen sondern Samen Samen hier hab ich äh hab ich schon warte schon also metos du musst gleich gleich müssen erstmal zeige ich dir erstmal was ich was ich dir zeigen will warte ey ich schwär mich doch nicht ein nein Hühnchen komm da raus komm da raus Hühnchen mach mal bitte da oben äh schwarzeichenholz hin schwarzeichenholz warte warte ich hab schon ich hab schon ja ich hab jetzt auch warte machen wir das auch zu machen wir das hier auch weg man aber ist schön grün geworden ne ja perfekt so warte mal du kommst jetzt mal mit ja mach bitte hinter dir zu du bleibst jetzt hier bitte erstmal kurz hier unten stehen ja bleib mal hier stehen ich mach dir gleich auf das dauert zu lange ich mach's lieber auf deiner anderen Seite bleib da unten stehen bitte was meine Sachen die du brauchst Eisen und so die hab ich äh nicht mehr unten in den Kisten sondern ich hab jetzt einen Kistenraum gemacht ach so ich mach jetzt wie gesagt gleich auf aber von der Seite geht's einfach schneller ja von der Seite geht's einfach schneller Geschenk für den lieben Kalle Schatzi Flame aha ja so sieht's aus ja der Flame der 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 mag mich er mag mich auch ja so einmal hier rein warum ist hier eigentlich ne Platte vor so wo bist du denn ich sehe jetzt hier nur vier Wände und so weißt du Galle äh warte mal warte mal den Todespunkt den können wir eigentlich mal weg machen den machen wir mal weg den brauchen wir nicht mehr so jetzt kannst du hochkommen so wohin hochkommen nach oben die Gleiter hoch okay äh wie weit hoch ach so ach so weiter nach oben nach oben äh was weiter nach oben ach noch weiter ja ja okay alter wie weit denn noch so warte du warte warte da unten warte da unten warte da unten nein will ich nicht was denn jetzt komm rein okay ja so geht's natürlich auch willkommen in meinem Reich und hier habe ich äh meine ganzen Sachen okay Dreck Erde hat er drauf geschrieben ja ja damit die anderen nicht wissen was da ist ja genau ganz genau clever so Eisen hier haben wir schon mal Eisen so das nehmen wir raus ich hoffe das Eisen reicht guck mal dann Redstone kannst du die auch rausnehmen dann kannst du da auch gleich Repeater und so mitmachen äh ja werden wir auch brauchen den Rest was ich nicht brauche tue ich dann zurück den Rest kannst du ruhig bei dir reinpacken in deine Kiste weißt du mal noch hier die hast die brauche ich auch die brauche ich auch nein 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 die bleiben hier böser Metos so hier schusssicher Köder Effizienz 4 das nehmen wir mit dir so was was hast du denn jetzt mitgenommen nein 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 das Buch wieder hinpacken ach Mist er hat es gemerkt so dann ich warte nicht brauchst du noch Stein Stein ist hier pack das wieder rein alter ich muss mal anzünden ja ne ist klar so ein Stein was Stein dein ist hier naja beziehungsweise nicht aber hier da da sprennts gerade ok top find ich gut find ich gut du brauchst jetzt noch Lava hast du gesagt die Lava geh ich dir gleich besorgen ja aber erstmal 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 will ich erstmal will ich dann schon mal anfangen halt ne warte mal du hast ja bestimmt auch einen Trichter ne äh Trichter eine Workbench meine ich ja die ist hier gut dann macht hier oben erstmal alles fertig was du brauchst weißt du brauchst du noch irgendwas bestimmtes warte mal dann hätten wir schon mal äh warte mal Trichter Trichter äh brauche ich brauche ich brauche ich Thron brauche ich genau Holz hast du Holz super hier ist auch nochmal hier ein bisschen warte mal ein bisschen ich weiß nicht ob du noch Koppel brauchst schwarze Eiche brauche ich doch für mich hast du kein anderes Holz ne ich hab noch mehr schwarze Eiche ich kann dir noch ein Stack später geben achso gut ähm ich hab dir noch ein bisschen Koppel gegeben weil ich nicht weiß ob du für die für die für die für die Werfer Koppel brauchst oder Clean Stone hinter dir ist das Clean Stone brennt da ähm behalte das auf jeden Fall mal im Auge ja mach am besten alles was du brauchst wenn du alles was du brauchst machst du am besten hier oben fertig so wenn du dann runter gehst machst du bitte den Hebel wieder und die Türen zu damit hier keiner reinkommt ja ähm ja 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 so ich geh jetzt ein bisschen Dings besorgen das muss ich überlegen drei mal drei das ist neun dann einen drunter das sind zehn da einen drunter elf brauche ich elf brauche ich das heißt ich brauche noch drei Trichter ja so eins ich geh jetzt mal gucken ob ich jetzt Laber finde zwei drei jo mach das bis gleich jo so da haben wir da haben wir die Trichter die wir brauchen dann jetzt muss ich überlegen jetzt muss ich überlegen ich brauche noch Half Slaps die machen wir uns auch gerade mal noch die machen wir einfach aus Koppel das sollte reichen weiß nicht ob ich es kann aber ich würde es einfach mal versuchen dann brauchen wir dann brauchen wir äh hast du einen Bogen? nein ich hab es nicht geschafft oh ich wäre fast gestorben hast du einen Bogen? nein hast du äh Bindfäden? ja aber brauchst doch Pfeile ne? äh Pfeile? nein ich muss einen Bogen machen ok weil ich muss doch ich muss doch das Ding craften hier äh äh den Werfer achso ja ne äh Fäden müssten doch irgendwo eine Kiste sein ja hab ich recht schau dich mal um so Optionen Video Settings Shader off warte mal dann machen wir auch wieder komm 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 aus aus ja hier hätte er Neutronen gehabt hätte ich gar nicht kraften brauchen na egal naja ist doch nicht so schlimm aber ich brauch ähm so ich habe nicht doch da hat er so äh wie viel von 2 und 3 brauch ich glaube ich so wieso hast du so viele Fäden äh Spinnennetze abgefarmt in den in den Minengang achso achso macht er das na gut so dann 1 2 3 dann hier diesen muss ich echt aufpassen ich habe nicht mehr hier noch Leben und dann brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich die doch ich muss nochmal hier genau 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 so dann machen wir das äh ja ne das funktioniert ja nicht ähm das heißt ich brauche hier ein Redstone ein Boot du brauchst nur eine Lava ne dann diesen war das ne jo Metos so ja was du brauchst nur eine Lava ne ich brauche ne ich brauche ich brauche ich brauche obwohl eine Lava könnte sogar reichen wenn ich das in der Mitte platziere könnte hinhauen ich weiß nicht wie ihr das System im Pistenhaus gebaut habt na komm so habt ihr das mit einer oder mit zwei Lava gebaut im Pistenhaus äh da habe ich nicht geguckt wie er das gemacht hat da weil das das hat Pain gebaut ich werde das wahrscheinlich ein kleines bisschen anders machen halt wir müssen ok ich bring dir jetzt halt nur eine Lava mit ne soll ich das bei dir da in den Keller rein bauen oder was äh ja wir müssen mal schauen nicht dass das alles weg brennt haha ähm stimmt du hast alles voller Holz ne ja ja wo soll ich es denn hin bauen warte wir schauen was macht die denn da drüben was die klimpert oder hämmert auf irgendwas rum ja jetzt Kalle sag mir wo willst du die D-Farm hin haben warte ich bin auf dem Weg ich habe da gerade noch was gesehen das muss dann auch noch weg ähm ähm genau ich bin auf dem Weg ja der macht doch mal mach doch mal echt mal der Kalle der braucht ewig lang hier und das Video ist dann rum bevor er wieder da ist jetzt sag mir einfach wo ich den Hühnerstall hin bauen soll ich weiß es doch noch selbst noch nicht ich muss erstmal schauen warte mal Truhe brauchen wir davon auch trotzdem noch ähm ich laufe jetzt nicht nochmal nach oben bin gleich da ich seh schon die Mauer aber man weiß ja nie wie viel da zusammen kommt so dann oh das Eisen das muss auch wieder zu Blöcken gecraftet werden das machen wir auch wieder so ähm Kalle ja äh bei der Tür wenn du reinkommst gleich rechts da mach ich mal vorübergehend das Eisen rein das nimmst du dir dann nachher wieder raus ich will jetzt nicht wieder nach oben laufen ja da bin ich ähm dann müssen wir mal schauen wo machen wir das denn hin das ist die Frage wirklich ja ich würde sagen bauen wir das gleich hier mit irgendwie hin oder hier so hin ja würde ich sagen äh warte dann machen wir machen wir hast du Glas ooooh ja fünf Stück ähm oder guck mal bei mir eine Truhe ich müsste noch Glas haben so warte ich müsste noch Glas haben so warte mal eins zwei drei da drei da lau bei mir leckt es gerade kann das sein und da was ne da leckt nix doch bei mir oh jetzt geht es wieder äh doch hat geleckt ich bin gerade zurück äh geschickt worden so dann machen wir hier die Trichter rein so genau dann kommt äh alter das heißt wir machen wir machen wir machen wir machen da hinten machen wir dann die ich brauche eine truhe mehr glaube ich das machen wir noch ein bisschen tiefer Moment 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 das machen wir noch ein bisschen tiefer so so das heißt hier genau da kommt der links drunter der werfer genau 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 so perfekt so dann machen wir da oben mache ich dann noch die 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 anderen ne und so und überhaupt so und dann kommt da 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 kommt ein da da kriegt er noch hin genau sitzt da drüben von der mit einer billig Huba Buba Packung diese Rollen und klatscht die ganze Zeit diese Plastikdinge aneinander und ich guck dann durch die Tür und wirf mir ein gekautes Kaugummi in meine Richtung was für ein Ferkel so ein riesiger Batzen Kaugummi so Patsch gegen die Tür so das haben wir Alter jetzt muss ich natürlich erstmal wieder rauskommen so so dann machen wir hier da ist der Hauptrichter der geht nach unten so 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 dann 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 so müssen wir uns noch einen Weg nach unten machen oder so so oder so das heißt wir machen uns hier warum so groß hast du Leitern warum so groß Meters hast du Leitern damit das auch wirklich vernünftig funktioniert hast du Leitern nö aber ich kann welche machen das ist gut werden wir brauchen aber warum machst du das nicht auch nur einen groß ähm weil weil er weiß also jetzt die Antwort nicht drauf weil weil so ist er effizienter und schöner ähm warte mal so viel Hühner haben wir doch gar nicht warte mal ich muss nochmal in mein Haus ich brauch mehr Glas ich weiß ich meine ich hätte noch Glas gehabt ey ne das sind so Momente wo ich wünschte meine Freundin wäre irgendwie so ein Roboter oder so mit der Ferne die du ausschalten könntest die sitzt da drüben immer noch klack 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 da ist der Kalle genau so ich setze jetzt einfach den Kopfhörer richtig auf dann hör ich nichts mehr genau mach das mal so dann machen wir hier Kalle du musst dann mal zur Abfahrzeige gehen das war geil ich sag grad so ich setze den Kopfhörer richtig auf dann hör ich nichts mehr und dann wirf die einfach das Plastikding hier her das war geil dann mach ich die mit klack 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 Arschloch kam dann nur noch schuldig aber das war echt knuffig so so oh das war süß so und hier müssen dann nachher die Hühner rein die musst du dann irgendwie da rein kriegen warte 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 stop 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 die können ja hier drüber hüpfen müssten sie eigentlich können so dann ähm Leiter genau mach ich eben Leiter Leiter äh warte warte ich hab Leiter zwölf Stück ja dann komm gib Gummi hier gib Gummi hier da schön so der Huhnfänger von Hameln kommt äh der Huhnfänger von MeinCamp kommt gleich so perfekt so da haben wir das dann kann ich da hinten zu machen Moment so machen wir das hier zu na komm so perfekt und hier ist dann so der Eingang so vom Hühnerstall hier könnten wir eigentlich auch so ein bisschen Koppel hinlegen ne genau genau machen wir auch so und warum warum fällst du runter und nicht in den Drichter so hier auch so jetzt müssen die Hühner erstmal mitkommen das ist ein bisschen nervig gerade ja ja das macht ja nix hauptsache hauptsache du machst das so so und putz perfekt so metos mach gut auf bitte so warte hier ist doch auf hier ja aber nicht nur ein breit bitte ich mach noch eins auf so warte 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 ich muss noch ein glas craften da weil sonst sonst kommen wir damit nicht hin hinterher ich hab noch welche ich hab noch sieben davon können die zwei blöcke hoch warte weg da weg da weg da sie laufen nicht mehr weil du da stehst nein metos nein was ich bin da weg es läuft weg das Hühnchen oh nein jetzt haben sie keinen Bock mehr Mist oh nein dafür das immer an ok das kommt mit das kommt auch mit so ich mach erstmal erde davor warte 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 kurz aber das können wir schnell wieder weg machen lockst du erstmal komm her komm halt 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 jetzt will das wieder raus nein nein bleib da drin Huhn warte warte das Huhn haut ab hier das Huhn haut ab hier hab ich hier keine 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 mach auf mach auf mach auf mach auf das kommt das kommt ja aber die anderen zwei sind raus zwei sind drin wo ist das andere äh das ist auch abgehauen das ist doch auch abgehauen warte ich muss mal was machen äh du kommst bitte dann warte schieben wir das Huhn mal rüber falls das irgendwie geht das soll da rüber ach man wo ist das andere Huhn ich sehe das gar nicht mehr dich Kalle mach dich doch mal raus so warte so das heißt du bleibst jetzt du gehst jetzt mal da hinten hin so so hier ist jetzt hier lockst du das nächste Huhn rein so da ist das Huhn Kralle wo ist das Huhn? da hier 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 ist es hier so ich geh weg lock es da hinten rein ja warte das muss erstmal gucken hey Hühnchen guck mal oh komm hier komm hier oh jetzt komm doch her du bist wie ah los lauf hast deine Hühner nicht gut erzogen lauf mach mal nicht noch ein paar störriges Vieh du komm ja jetzt geh rein ich mach dann zu hinter dir so schnell raus mit dir Kalle so das Glas äh die Erde die können wir gleich mal weg holen Moment das machen wir so die können wir dann unten aus der Truhe holen die fällt hier runter so endlich leck mich am Zückerli ehrlich so jetzt müssen wir das ganze noch ein bisschen höher machen hier das Glas toll die Eier sind die spawnen die hier lagen Mist ja vielleicht sind auch welche hier unten in der Truhe so halt nein ich mein immer im Keller lagen grad Eier so ich hab das in die Kopfhörer mal komplett aufgesetzt mach da schon wieder irgendwelche Geräusche so 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 dann hier pfff blöde Kuh ey ja und äh ich brauch noch ein paar Halbslats aber wir haben 15 Minuten voll wir haben 15 Minuten voll ja ok machen wir machen wir in der nächsten Folge weiter also Leute das war's mit der Folge wenn es euch gefallen hat gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben hat mich sehr gefreut dass ihr eingeschalten habt meine Freunde macht's gut bis zum nächsten Mal auf Wiedergeschauen ja bis dahin und tschüss